Etwa 5 Gehminuten vorm ehemaligen Grenzübergang Checkpoint Charlie in Berlin-Mitte liegt in der Anhalterstraße 8 das Relaxer Hotel Stuttgarter Hof. Zum Potsdamer Platz sind es 500 Meter, zum Hauptbahnhof 3,2 Kilometer, zum Flughafen 13 Kilometer. Das moderne Hotel verfügt über einen Seminarbereich, 206 Gästezimmer und Suiten, davon 82 Nichtbraucherzimmer. Die Zimmer sind hell und funktional eingerichtet. Das Bad ist mit Dusche und Föhn ausgestattet. In allen Zimmern ist drahtloses Internet verfügbar.